Hallo liebe Leute, hier ist der Gameplayer1303. Ich werde heute mein erstes Video von Call of Duty Black Ops Storm in Modus vorführen. Die Map, die ich heute spielen werde, wird Kino der Toten heißen. Ich werde alle Maps ausprobieren. Ja, ich habe einmal Kino der Toten gespielt und ich probiere, dass ich mit guten Spielern spielen könnte und das ungefähr 4 von 4 Spielern sind. Ja, na jetzt sehe ich zu gut. Ja, 2 Spieler. Probieren wir es halt. Hoffentlich wird es gut. 3 Spieler. Hoffentlich kommt jetzt noch einer dazu. Einer soll es noch dazukommen. Hoffentlich macht er sich bereit. Und er ist weg. Ja. Und es beginnt. Also das, bei dem Fenster, also einfach da geradeaus gehen. Es ist ein gutes Fenster, da würde ich über hingehen. Ja. Ich habe ein Meteoritenstück gefunden. So cool. Ja. Ja. Da kommen schon die ersten Fotos. Da kann man auch immer dort oben nachschauen. Okay, kommt die Kamera. Ich will die Farbe. Und dann tippe ich wieder bis Runde 2 oder 3. Eine die Pistole behalten, weil dann bekommst du viel Kohle, also Geld. Und dann könnt ihr mehr Waffen kaufen. Und ein guter Tipp von mir, wenn du so Runde 15 seid, wenn du bis dort hin schaffst, dann würde ich die Olympia kaufen und dann tanchen. Das ist die einzige Waffe dann, die was Feuermunition schießt. Und das ist One-Shot. Und die Zombies vertrennen dann gleich. Das coole. Das ist die Olympia. Ja. 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 Und damit anfangen würde ich eher das Schafel zum Gebäude nehmen statt die Olympia. Aber wie gesagt, der Wunderpülze kauft die Olympia und passt das, weil der nicht so gut. Das ist ein bisschen viel, das ist immer gut. So machen wir alle Fenster zu, dass sie nicht fein kommen. Und das vor allem ist glaube ich die Mystery Box. Yay, Mystery Box. Ja, ab dem Anfang ist das Ballistik-Messe gut, aber später dann nicht scheiße. Aber man muss halt treffen können. Noch mehr Kram zum Unnietest. So drüber als der, sterben die. So drüber als der, sterben die. Arto aus der, sterben diening. Vielen Dank! Okay, ich trage eine Kanone. Ich liebe sie. Ich lasse dich wieder am Zaubertum. So sitzen. Und man muss halt retten. Du kommst. Und das war's. Schöne. Danke. Leck mich. Ja, sie kann ich auch mal lecken. So. Wenn du in dem Raum setzt, würde ich am Anfang gleich die Waffe kosten. Ja, die ist gut. Hm, bei dem Fall ist es das Bessere. Also, dort am T-Shirt. Okay. Komm, halt mir jetzt so ein bisschen, du kennst, du kennst, oder jetzt merken. Okay, das war's. Ich hab eh Strahlenkanone und jetzt die MP, oder? Hm. Ja. 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 Ja, okay, bis zum nächsten Mal. ich werde eh noch mehrere Videos machen und ja, ciao